Täglich werden weltweit rund 100 Millionen Barrel Mineralöl benötigt. Eine logistische Herausforderung. Die Minova Information Services GmbH aus Würzburg hat sich genau darauf spezialisiert. Es ist das einzige Logistikunternehmen weltweit, das mit seinen Softwarelösungen die komplette Lieferkette in der Mineralölbranche bedient. Unser umfangreiches Produktportfolio reicht von der Beladung in der Raffinerie über die Lieferung ins Tanklager, der erneuten Beladung des Tankkraftwagens im Tanklager bis hin zur Finallieferung in die Tankstelle, das Flugzeug oder den heimischen Keller. Das 22-köpfige Experten-Team besteht aus Logistikern, Verwaltungsspezialisten, Projektmanagern und Informatikern. Die Software entwickelt die Minova komplett selbst. Neben Installation und Beratung umfasst die Dienstleistung des Unternehmens auch die persönliche Betreuung der Kunden. Immer dann, wenn Softwarelösungen gefragt sind. Ein ganz besonderer Service, die Telefon-Hotline rund um die Uhr in fünf Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch und Russisch. Um in diesem engen und anspruchsvollen Nischenmarkt erfolgreich zu sein, braucht es Erfahrung und Spezialwissen. Wir sind seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig und können so ganz individuell auf Kundenwünsche oder die lokalen Begebenheiten eingehen. Das Unternehmen ist vor allem in der Schweiz sowie in Österreich, der Türkei, Saudi-Arabien und Kolumbien aktiv. So geht rund die Hälfte der Produkte ins Ausland. Die Minova Information Services GmbH. Innovative Logistiksoftware aus Bayern. Weltweit erfolgreich.